So, den Kampf hätten wir. Und weiter geht's. Wir haben uns jetzt, weil der Kapitelende war. Ein bisschen aufgefrischt. So ein bisschen. Mit Zeug. Wo müssen wir denn hin? Muss man da? Äh, ich geh erstmal in den Gang. Ich such grad was. Da ist ein großer Raum mit Röntgenbildern. Ja, da kannst du reingehen. Und alles mal durchs Suchen. Öffnen. Oh mein Gott. Ein Saphir. Ah, genau. Guck mal da oben. Da haben wir wieder einen. Hier liegt der Maschinengewehr. Ja. Und da war wieder ein Emblem. Ist ne Gebrauchsanweisung für den Virus. Naja. Ich nimm mit. Können wir nicht. Können wir nur lesen. Bringt uns aber eh nichts. Genau. Okay. Das war ja alles, ne? Ja. Komm hier. Ein Charmebereich. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass das Spiel ab 18 ist. Genau. Ja, also. Mal wieder ein Emblem gezeigt. Und. Ach, da geht es nur nicht ausrutschen auf dem schwarzen Zeug hier. Ja. Das ist echt eklig. Das könnte wehtun. Wisschen. Was man nicht so alles findet hin. Muss erst nachladen. Okay. Juhu. Irgendwie sieht ein Gang aus wie der andere. Rechte. Ist doch langweilig. Ein wahres Wort. Ich weiß. Pistolenmunition. Ich weiß. Das kriegen wir eh beide. Ich weiß. Aber ich will auch mal was aufheben. Ich fühl mich irgendwie benachteiligt hier. Jaja. Ne, da gehts weiter. Ja. Hier ist auch Ende. Dann gehts wohl. Ja. Und ab hier werden die wieder beschossen. Ich weiß. Ruhe Helm. Von Leuten mit Helmen immer wieder. Das doof in die Helme haben kann ich den nicht so schön. So wie den hier. Der immer noch schießt nach der man keinen Kopf hat. Das ist so unlogisch. Geh erstmal nicht so weit durch Patrick. Bevor wieder. Da guck mal was da oben über die hängt. Ja. Ich weiß. Ich weiß auch noch, dass wir hier einmal gestorben sind. Als wir mal alleine gespielt haben. Echt? Ja. Irgendeiner von uns ist das verrückt. Ich weiß nicht wer. Aber wir sind ja eben auch schon verbrannt worden. Beziehungsweise. Genau. Was kann also noch schlimmer sein? Weiß nicht. Boah. Elektrogranaten. Oh mein Gott. Das Musik ist aus. Wir haben erstmal Ruhe. Ja. Wissen du. Jetzt habe ich einen Elektrogranatwerfer. Ach ja. Kokongs. Ihr wisst was das bedeutet. Genau. Und wir wissen es leider auch. So jetzt achtet mal auf den da. Genau. Klopp. Sind die Viecher eklig. drauf. Der muss kommt. Der muss kommt. Der muss kommt. Okay. Die Musik geht weiter. Ja. Das kann das wohl bedeuten. Dass gleich noch ein Ripper kommt. Reaper. Das ist doch. Sprottgewehr. Die sind irgendwie scheißiger Namen. Da hat keiner gesagt, dass die Dinger perfekt sind. Warum benutzt du sie? Weil sie da rum waren. Da liegt nochmal was. Sportgewehr. Ja. Und da hängt ja was. Ja. Und der müsste jetzt glaube ich runterkommen. Komm. Komm. Dann geh erstmal weiter. Hinter dir. Ja. So. Ist mal alles aufgeräumt hier. Kann sein das auch der dahinter über den. Ah scheiße. Ich wollte gerade sagen Musik ist zu Ende aber. Irgendetwas schießt. Oh. Meine Güte hier. Na ja. Behalte dich. Nee. Ich bin höflich. Ich danke dir. Auch. Ui. 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 Schieß voll daneben. So zwei Meter entfernen. Na nicht mal. Ui. Ui. Oh oh. 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 Geh mal. Auf dem Kappgas ey. Nein. Ich wusste es. Ich bin wieder der Erste. Ja das passiert wenn ihr euch erwischen. Genau. Sieht nicht sehr appetitlich aus. Und tötet euch sofort. Ja. Weil das tut halt weh. Jetzt sind wir gefühlt jetzt ist jeder von uns einmal gestorben. Ja. Das heißt wir hätten uns egal. Oh nicht wieder von hier ey. Verarscht mich doch nicht. Ja. Ist das jetzt eins. Handleinsam müssen wir auch noch alles. Eben lag da Gold. Na ja. Das Gold lag jetzt an einer anderen Stelle. Also ich würd sagen wenn das viel wieder runter kommt laufen wir erstmal. Moment. Ah jetzt das gleiche Spielchen wie eben. So. Meins. Der hatte eben auch nen Helm an. Ist egal. Ich schieß vor daneben. Ich bin ja ziemlich genervt. Merkt man das. Ein bisschen. Hier liegen immer noch die scheiße Elektrogranaten. So. Ach. Oh ja. Der kam auch raus ne. Ne. Welche war das nochmal? Hinten da. Ja. Der. Okay. Ich mag die Viecher nicht. Oh. So. Die kannst du gleich wieder wegschmeißen. Was hat's denn da? Die scheiße Elektrogranaten. So. Dann komm schon. Komm. Komm. Wieso kommt der nicht raus? Vielleicht müssen wir beide in der Nähe sein. Äh. Okay. Hallo. Muss ich jetzt nicht verstehen. Boah. Im Sprung. Äh. Okay. Na ja dann. Umso besser. Machen. Bei unserem Glück kommt der später. Ja. Geh weg. Oder hier kommt er jetzt. Ja. Entschuldigung. Geh weg. Oder hier kommt er jetzt. Ja. Entschuldigung. Lass nach. Ich seh nichts. Ah shit. Na da. Okay. Den hätten wir. Der Stein der Macht. Ja. Die gibt's immer. Ja von eben inzwischen. Wurde er von Sack umwoben. und steine weisen der karte und einstein aber wir sind hier schnell Ich seh den nicht Hinter dir, hinter uns Lass mal hinten auch über das Ding springen Ich mein, da kommt der auch rüber, aber Da haben wir ein bisschen Zeit Warte, warte, erst mal hier in den Gang Hier und jetzt Das ist immer so nervenaufreibend hier Musst du an dem Hebel geziehen, ja, ne? Ja, der geht aber noch nicht Okay, schon wieder eine Waffe? Ja, für dich Die ist voll geil, die ist besser als die Nein, die ist voll scheiße, die ist viel schwächer Weil der muss nur halt nicht nachladen, wenn du schießt Ich find das PSG-1 besser Der kann's aber weiter zoomen und alles Der hätte ich ein Schrotgewehr Da Ich mag die nicht, die Waffe Wieso kann man die nicht mögen? Weil die kacke ist, ich find die hier viel besser Den müssen wir aber trotzdem jetzt mit Ja, damit wir die verkaufen können Zieh am Hebel Nee, aber die Das PSG-1 hat doch mehr Schaden Glaub ich nicht Doch Die können wir ja tarnholen, ey Oh, ich hab was geflogen Geh mal's weg Soll ich zuerst drauf gehen? Mir egal Ihr solltet dir keinen Schatz fallen lassen Weiß nicht Nicht schlimm Der hier Oder liegt der da hinten? Ich weiß nicht, was da liegt Guck mal Was denn das? Schießt was Oh, da mir steht was Oh, scheiße Scheiße Okay Hol mich Schon drauf? Ja Ist ja gut Pistolen Ah, ja Der hat netten Raketenwerfer Ja Damit der mich auf volle Kanne erwischt hat Wieso halten die den Schuss jetzt hier aus? Und wieso treffe ich den nicht? Ui, jo Oh, ey Willst du durch? Ich will erstmal mit dem Gegner loswerden Ey, das gibt's doch nicht Ach, das ist so ein Doppelkopf Mit den fetten Dreadlocks Den ich nicht treffe Verdammt Und wir müssen wieder auf Wiedersehen sagen Sehe ich gerade noch Echt? Ja Und schon 14 Minuten Jo, dann äh Ja, versuchen wir den Typen nur hier zu killen Und sagen jetzt schon mal Der platzt Der platzt, okay Ja, dann haben wir gekillt Ey, nicht jetzt Pause Erstmal eins Und sagen auf Wiedersehen Achso, ja Ciao 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 Ciao